Updates. So wir haben Star Wars natürlich noch drin. Ich sollte glaube ich kurz noch eine wichtige Sache sagen und zwar geht es um den Yoda Big Bling und zwar, wenn ihr ihn aufhabt, kann es sein, dass das Spiel öfters mal crasht. Bekannt, Bug ist bekannt, aber ich weiß, wie man das dort ist. Deswegen zieht ihn am besten nicht an. So, hier ist da was, ne, ist auch noch drin, hier ist auch noch drin, oh, Futurama ist wieder zurück. Bis zum nächsten Mal. Ausrüstung riesiger Nussknecke. Geiger ausgeflogen und umliegsamer Stahlträger. Dann setzen wir uns zum Erketaps von dem Express Schiff. Weiterhin, weiterhin. Dann setzen wir nochmal an. Dann setzen wir mal an. Dann setzen wir mal an. und oder auch längere zeit nicht mehr drin Und die. Und natürlich eine Lego-Barriante. Die ist noch drinnen. Und die Tänzerin ist auch noch drinnen. Brainstorm. Legen wir mal wieder. Ich weiß nicht. Ach komm mal. schilder hier war ja und die schlechte aspekte Schöpflüge es hat eine lego variante bekommen ich habe es nicht richtig ausgeschoben ich weiß gar nicht hatte der eine schon wahrscheinlich schon ghetto blaster endlos rad eisen am bauer wo er nicht mehr drin auch eine lege variante bekommen extreme ernst die leo variante schlapp und ich denke man auch schon am ende ich wollte noch das ist doch eher so richtig